Die Spannung steigt langsam. Nächste Woche am Samstag erscheint unser Sticker-Stars-Album. Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türki Johanau zu unserem heutigen Heimspiel gegen SG Rosenhöhe. Unsere Aufstellung Schlüsseler, Netzband, Korkmaz, Ölmez, Alawi, Seljuk, Mustafa, Ünal, Müller, Yücel und Schima. Und die Gäste mit Leple, Fizza, Demir, Mohaceri, Fazio, Kadioglu, Hamanji, Gallus, Nishida, Karatepe und Fakic. Die Gäste in den roten Trikots und unsere Jungs heute ausnahmsweise mal in schwarz. Bei herrlichen Sommertemperaturen fing das Spiel dann an. SG Rosenhöhe befindet sich ja im gesicherten Mittelfeld und wir mussten ja unsere Aufstiegsträume begraben. Aber dennoch war es ein munteres Spiel. Hier die erste Chance durch Til Fakic und Serjan Schlüsseler im Tor kann den Ball dort festhalten. Dann Mohamed Alawi, die ersten Versuche dann auf unserer Seite. Dann ein Freistoß durch Berkay Hamanji. Hier wird Erwishima umgestoßen, aber der Schießrichter lässt weiterspielen. Da muss der behandelt werden, lag für einige Minuten. Dann verletzt auf dem Rasen. Und hier eine dicke Chance für Rosenhöhe. Fakic trifft den Ball nicht richtig. Und auch im Nachschuss. Cardiolo ganz, ganz große Chance. Aber Serjan Schlüsseler im Tor kann parieren. Und dann nochmal ein Kopfball für Rosenhöhe. Sie macht mächtig Dampf in diesen Minuten. Dann hörte man einen Pfiff. Der Schießrichter zeigt auf dem Punkt Elfmeter. Was war passiert? Wir sehen das hier nochmal. Halil Kogmaz kommt mit beiden Händen an den Ball. Es gab auch keine Proteste. Und Hamanji mit dem 1 zu 0 keine Chance für Serjan Schlüsseler. Aufgrund der Chancen war das dann doch verdient. Wir kamen nicht so richtig ins Spiel. Dann aber ein Freistoß durch Halil Kogmaz und Mohamed Alawi. Mit der ersten nennenswerten Chance. Aber die vergibt er. Und jetzt warten unsere Jungs so langsam auf. Dann nochmal Alawi. Aber Lepple im Tor kann hier klären. Dann bekommt hier Murat Seltschuk den Ellenbogen des Gegners in sein Gesicht. Das sah der Schießrichter nicht. Hier eine Flanke von Tim Müller. Aber wir hören schon den Pfiff. Der Treffer von Hasan Mustafa zählt nicht. Dann nochmal Halil Kogmaz und Hasan Mustafa erneut. Aber der Ball wird zur Ecke geklärt. Zur Abwechslung dann mal wieder Rosenhöhe. Aber Justin Netzband kann klären. Hier Hasan Mustafa setzt sich da super durch. Eigentlich ist der Ball schon geklärt. Aber da ist Samet Ünal. Und auch Alawi kann den Ball da nicht ins Tor befördern. Damit geht die erste Halbzeit an Rosenhöhe. Und hier nochmal der wichtige Termin. Hier unsere Legenden nochmal. Also nächste Woche Samstag gibt es unser Sammelalbum. Im Rewe Center Hanau-Lamboy unbedingt dabei sein. Und in der zweiten Hälfte legten wir dann richtig los. Einige Chancen hier. Der Schuss von Alawi wird zur Ecke geklärt. Dann gab es auch gute Spielzüge von uns. Hier Keremücel. Bringt den Ball rein. Der Ball wird hier erst geklärt. Dann Celciuk mit dem Kopfball. Und Alawi mit dem 1-2-1. Mohamed Alawi. Saisontor Nummer 19. Und auch hier stark gemacht von Murat Celciuk. Er bringt den Ball nochmal rein. Und dort steht Mohamed Alawi. Das 1-1 in der 54. Minute. Und jetzt wollten unsere Jungs natürlich hier das 2-1 machen. Da hatten die Gäste Glück. Und hier setzt sich Hasan Mustafa super durch. Dann Murat Celciuk auf die rechte Seite. Kenan Ölmez mit der Reingabe. Und hier protestieren unsere Spieler. Handspiel. Der Schießrichter lässt hier weiterspielen. Und wir hören noch im Hintergrund die Proteste. Und das Spiel geht weiter. Und das 2-1 für die SG Rosenhöhe. Dario Fazio macht das 2-1 in der 59. Minute. Und hier eine starke Aktion von Alawi. Doch der Ball will dann nicht ins Tor. Kenan Ölmez nochmal mit einem Schuss. Jetzt hatten wir auch einige Chancen. Und das wird wirklich eine tolle Szene jetzt. Fazio machte das 3-1. Der Ball hoppelt noch. Eine Szene. Die man als Fußballer gerne ausradieren möchte. Aber dann kommt er hier nochmal an den Ball. Und Serjan Schlüssler kann den Ball festhalten. Dann eine Ecke für uns. Kenan Ölmez. Wieder mit einer tollen Chance. Doch der Ball wollte nicht rein. Und das war dann ziemlich einfach für die Gäste. Dominik Lever macht das 3-1 in der 83. Minute. Das war dann die Vorentscheidung. Wir hatten keine zwingenden Torchancen mehr. Aber dann ein Freistoß durch Heidel Korkmaz. Und der Schießrichter zeigt wieder auf den Punkt. Das war schwer für uns zu erkennen. Aber ein Handspiel. Dann macht Alawi das 2-3. Aber das war dann viel zu spät. In der 89. Minute mit Saisontreffer Nummer 20. Herzlichen Glückwunsch, Mohamed Alawi. In der Nachspielzeit hatten die Gäste dann nochmal eine Chance. Til Fakic. Und dann war auch schon Schluss. Wir verlieren die Partie mit 2 zu 3. Happy Apocalypse.